Mein Name ist Barbara Sünder, ich komme aus Lüderitz im Kirchenkreis Stendal und finde die Initiative unserer Landeskirche mit den offenen Kirchen sehr gut, weil ich mich im Urlaub immer ärgere, wenn ich vor einer evangelischen Kirche stehe und die ist zu. Und ich möchte das in meinem Dorf auch umsetzen und hoffe auch in unserem Kirchenkreis recht viele zu gewinnen, die dies auch tun. Red screams 對